Herzlich willkommen im Sonnenpark Passwang. Ganz nach dem Motto, wahre Grösse zeigt sich im Kleinen, erfahren Sie gleich mehr über die neue Wohnform, unser nachhaltiges Wohnkonzept mit Weitblick und weshalb sich die Investition in Mini-Apartments lohnt. Themenübersicht Die neue Wohnform Nachhaltiges Wohnkonzept Das bieten die Sonnenpark-Zweizimmer Mini-Apartments Lage Alles, was der Mensch zum Glücklichsein braucht Renditeobjekt Sonnenpark Passwang Projektkosten und Mietertrag Die Investition in den Sonnenpark lohnt sich für alle Kontakts Die neue Wohnform Mini-Apartments, weniger ist mehr Immer mehr Menschen leben in einem Single-Haushalt Junge Menschen, die zu Hause ausziehen Paare, die sich getrennt haben Alleinerziehende Ältere Menschen, die den Partner verloren haben Oder Senioren, die sich aus praktischen Gründen verkleinern wollen Überzeugte Singles oder Menschen in Partnerschaften, die alleine leben wollen Studenten Menschen, die mit wenig Budget auskommen müssen oder wollen Menschen, die aus beruflichen oder privaten Gründen einen Zweitwohnsitz suchen Personen, eine Wohnung auf Zeit suchen Die Nachfrage betreffend kompaktem, bezahlbarem Wohnraum ist steigend Kleinwohnungen im urbanen Raum Die Bauplätze sind immer mehr gesucht Die Bauplätze sind begrenzt verfügbarer Boden wird durch Mini-Appartments optimal genützt Der Quadratmeterpreis für Bauland wird immer teurer Durch kompakte Mini-Appartments mit zusätzlichen Gemeinschaftsräumen wird Wohnraum erschwinglich und zum Erlebnis Das bieten unsere 15 Zweizimmer Mini-Appartments Flexibles, nachhaltiges Wohnkonzept in Modul-Hybrid-Bauweise Zweizimmer Mini-Appartments 42 Quadratmeter für 1-2 Personen Bei Bedarf Vergrösserung auf den doppelten Wohnraum von 84 Quadratmeter möglich durch Verbindungstüre Hochwertige Komplettmöblierung Grosszügige Fensterfront gegen Süden mit Blick über den Jura Grosse Schränke mit viel Stauraum Voll ausgestattete Küche mit hochwertigen elektronischen Geräten Separate Schlafzimmer mit Büro Badezimmer mit Waschmaschine und Tümbler 30 Quadratmeter grosse Terrasse gegen Süden Und noch vieles mehr Bedeckter Parkplatz Eigener Kellerraum 30 Meter Naturpool mit Seerosenteich Gym Fitnessraum mit Geräten und Kraftraum Sonnenterrasse Grillplatz am Pool Kinderspielplatz Verschiedene Outdoor-Lounges zum Relaxen Aktivitäts- und Sportmöglichkeiten in nächster Umgebung Postautohaltestelle Und Passwangstrasse vor dem Haus Ferienfeeling an sonniger, ruhiger Lage mit Whiteblick Der Sonnenpark Passwang bietet auf 1600 Quadratmetern alles, was der Mensch zum Glücklichsein braucht. Entspannung Energie auftanken, abschalten in unberührter Natur, staunen, zurücklehnen, sich an den kleinen Dingen erfreuen. Bewegung In nächster Umgebung Mountainbike, Wandern, Gleitschirmfliegen, Skifahren, Schneeschuhlaufen, Klettern und vieles mehr. Sozialkontakte Fünf verschiedene Lounges, Partyraum, Naturpool plus Gym plus Grillplatz plus Sonnenterrasse mit Weitblick. Lage Der Sonnenpark Passwang liegt in der Gemeinde Beinwil, eingebettet in die malerische Hügellandschaft des Solothurner Juras an der Passwangstrasse. Der Passübergang verbindet Balztal-Solothurn im schweizerischen Mittelland mit dem laufenden Tal-Basen-Land. Der Sonnenpark Passwang befindet sich auf 600 Meter über dem Meer und ist meist nebelfrei. Distanzen in Autominuten Beinwil-Solothurn 2,9 Kilometer, 4 Minuten Laufen-Basen-Land 12 Kilometer, 15 Minuten Mümliswil 13,6 Kilometer, 16 Minuten Balztal 15,7 Kilometer, 19 Minuten Önsingen 21,6 Kilometer, 26 Minuten Solothurn 37 Kilometer, 55 Minuten Basel-Basel-Stadt 34,9 Kilometer, 39 Minuten ÖV-Anschluss und Autobahn Postautohaltestelle in 50 Meter Entfernung SBB Laufen, Basel-Land 12 Kilometer, 15 Minuten Autobahn Önsingen-Solothurn 21,4 Kilometer Autobahn Zwingen-Basel-Land 12,5 Kilometer Schulen Primarschule Beinwil 2,9 Kilometer Oberstufe Breitenbach 8,8 Kilometer Gymnasium Laufen 12 Kilometer Renditeobjekt Sonnenpark 1600 Quadratmeter Grundstück 18 Mal 2 Zimmerwohnungen 42 Quadratmeter mit 30 Quadratmeter grosser Terrasse 3 sind für den Eigenbedarf bestimmt 13 Mal Parkplätze mit eigenem Keller 3 Parkplätze ohne Keller 3 Mal Dachaufbauten je 60 Quadratmeter Davon ist ein Gemeinschafts-Gym 2 sind für den Eigenbedarf bestimmt 1 Mal Gemeinschafts-Sonnenterrasse 12 Meter x 2,5 Meter vor dem Gym 6 Mal Begegnungslounges Outdoor zwischen den drei Häusern 1 Mal Spielplatz, 2 Mal Relaxlounges, 1 Mal Tischtennis, 1 Mal Bar 1 ist für den Eigenbedarf bestimmt Dann gibt es, auch für alle Mieter, einen 30 Meter langen Gemeinschafts-Naturpool mit kleinem Wasserfall und Seerosenteich hinter dem Haus 2 Grillplätze beim Pool Ein Gemeinschafts-Party-Hobbyraum Projektkosten Mietertrag in Schweizer Franken Die Projektkosten betragen 1.800.000 Schweizer Franken 6% Kapitalisierung Das macht pro Jahr 108.000 Schweizer Franken Einnahmen aus den 15 Mal Mini-Apartments 985 Franken pro Monat Das ergibt 177.300 Schweizer Franken Dann 15 Parkplätze mit Keller Pro Stück 110 Franken pro Monat Das macht dann 17.160 pro Jahr 3 Mal Parkplatz ohne Keller Stück für 80 Franken pro Monat Das ergibt 2.880 Franken So haben wir Mieteinnahmen von 197.340 Franken Wenn man dann die Kapitalisierung von 6% davon abzählt Diese 108.000, dann ergibt das Total 89.340 Franken pro Jahr Ertrag Die Investition in den Sonnenpark lohnt sich für alle Das rund 1.600 Quadratmeter Nach Basel zur Arbeit fahren und froh wären Wenn sie weiterhin in der schönen Natur des Solothurner Judas leben könnten Aber einen kürzeren Arbeitsweg hätten Da wusste ich, dass ich nicht nur für unsere Familie ein Einfamilienhaus bauen will Sondern auch etwas für die Menschen in den Bible machen möchte Ein Architekt brachte mich dann auf die Idee mit den Mini-Apartments Es soll nicht nur Wohnraum entstehen Der Sonnenpark soll auch Freizeitgestaltung und Sozialkontakte ermöglichen Sodass Wohnen zum Erlebnis wird Die Unterstützung der Gemeinde sowie ernsthafte Mietinteressenten sind bereits vorhanden Deshalb lohnt sich die Investition in den Sonnenpark Paswang Es gibt eine grosse Zielgruppe Die Mini-Apartments sind preiswert Es ist nicht nur Wohnen, es ist ein Wohnerlebnis, das wir den Menschen ermöglichen Die Zukunft führt ganz klar zum urbanen Wohnen Denn da hat ein Mensch noch viel mehr Freiheit Das haben wir jetzt gesehen als in den Städten Die Mini-Apartments sind komplett möbliert So kann man einfach einziehen, wohnen und leben Sie sind pflegeleicht Und Mini-Apartments sind immer mehr gesucht Ich freue mich, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe Und wir gemeinsam schon bald mit der Umsetzung dieses nachhaltigen Wohnkonzepts starten können Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf Wir freuen uns auf Sie Herzlichst, Ihre Barbara Müller und Tim Ich freue mich, dass Sie sich nicht mehr fühlen